Hallöchen, in diesem Video schauen wir uns qualitativ die vorherrschende Interpretation der Quantenmechanikern, die Kopenhagener Deutung. Die mathematische Beschreibung der Quantenwelt ist zwar ausgezeichnet und ist die am besten experimentell nachgewiesene Theorie, aber den Physikern reicht es nicht aus, wenn die Theorie nur richtige Ergebnisse ausspuckt. Sie wollen auch das Entstehen dieser Ergebnisse verstehen. Das Problem an der Quantenmechanik ist jedoch, dass sie nicht intuitiv verständlich ist und genau aus diesem Grund entstanden unterschiedlichste Interpretationen der Quantenmechanik. Und einer dieser Interpretationen ist die Kopenhagener Deutung. Sie wurde hauptsächlich von Nils Bohr und Werner Heisenberg formuliert, und zwar im Dialog miteinander und mit anderen Physikern. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Kopenhagener Deutung indeterministisch ist. Das heißt, man kann keine genauen Vorhersagen über die Observablen, zum Beispiel über den Ort oder den Impuls sagen. Man kann nur Wahrscheinlichkeiten angeben. Und zwar basieren diese Wahrscheinlichkeiten nicht auf der Unkenntnis der Quantenwelt, sondern sie sind ein Teil der Natur selbst. Diese Art der Wahrscheinlichkeit ist also mit dem klassischen Begriff der Wahrscheinlichkeit nicht vergleichbar. Wenn wir alle auf einen Würfel wirkenden Kräfte kennen würden, dann könnten wir das Würfelergebnis genau vorhersagen. In der Quantenwelt ist eine derartige Vorhersage laut dieser Deutung nicht möglich. Wenn wir die Kopenhagener Deutung auf das Doppelspaltexperiment anwenden, dann könnten wir nur etwas über die auftretenden Messergebnisse auf dem Schirm sagen, aber nicht wie sie entstehen. Laut dieser Deutung existieren weder der Impuls noch der Ort des Teilchens, solange wir es nicht messen. Erst der Messvorgang selbst erzeugt eine Observable beim Teilchen. Nach der Kopenhagener Deutung können wir nicht sagen, wo sich das Zeichen hinter dem Spalt befindet bzw. welchen Weg es nimmt. Das heißt, wenn wir ein Elektron durch den Doppelspalt schicken, dann könnten wir nichts über seinen Ort sagen, der sich in der sogenannten Superposition befindet. Es ist sozusagen überall und nicht an einem bestimmten Ort. Erst die Messung definiert seinen Ort, und zwar, weil durch das Messen der Ortskoordinate die Wellenfunktion, die den quantenmechanischen Zustand des Elektrons beschreibt, kollabiert. Es findet also ein Kollaps der Wellenfunktion statt. Anders gesagt, Superposition wird durch unser Eingreifen mit dem Messgerät zerstört und die Ortskoordinate des Elektrons definiert. Wie genau der Kollaps passiert, wird durch die Theorie nicht beschrieben. Hier ist ein ganz wichtiger Unterschied zur klassischen Physik. Durch die Messung wird der Ort nicht festgestellt, sondern erzeugt. Bei der Kopenhagener Deutung werden nur die Messergebnisse als real betrachtet. Die Wellenfunktion dagegen ist rein epistemisch und hat keinen Anspruch auf Realität. Außerhalb der Wellenfunktion gibt es keine verborgenen Variablen, wie das Albert Einstein vermutete. Also zum Beispiel irgendwelche Teilchenpositionen, die wir mit unseren Messgeräten nicht messen können und dadurch die Theorie unvollständig erscheint. Die Wellenfunktion ist aber nach der Kopenhagener Deutung vollständig. Sie entwickelt sich nach der Schrödinger Gleichung und verändert sich auf unbekannter Weise während des Wellenkollapses. Also nochmal, die Wellenfunktion selbst ist nicht real. Sie ist eine abstrakte mathematische Funktion. Erst wenn wir diese Funktion quadrieren, bekommen wir eine reale, beobachtbare Wahrscheinlichkeitsdichte, die angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Elektron an einem bestimmten Ort ankommt. Die eindeutigen Vorhersagen sind also in dieser Interpretation nicht möglich. Klassische Physik zeichnet sich dadurch aus, dass sie sowohl die Separabilität als auch die Lokalität nicht verletzt. Was heißt das? Nun, Separabilität heißt, dass zwei physikalische Systeme voneinander unabhängige Eigenschaften besitzen müssen, wenn wir sie, sagen wir mal, weit voneinander entfernen. Anders gesagt, man muss in der Lage sein, physikalische Systeme getrennt voneinander beschreiben können. Der Gesamtzustand muss sich ohne Informationsverlust in seine Teilzustände zerteilen. Die Kopenhagener Deutung gibt die Separabilität aber auf, was wiederum heißt, dass verschiedene Systeme immer voneinander abhängen, ganz egal wie weit sie voneinander entfernt sind. Warum in dieser Interpretation die Separabilität aufgegeben wird, sieht man deutlich im Fall der Verschränkung. Zwei miteinander verschränkte Photonen befinden sich laut Niels Bohr in einem Gesamtzustand. Wird bei einem Photon die Polarisationsrichtung gemessen, dann wird beim anderen Photon die entgegengesetzte Polarisationsrichtung gemessen, und zwar ohne Verzögerung, ganz egal wie weit die beiden Photonen voneinander entfernt sind, ohne Berücksichtigung der Lichtgeschwindigkeitsgrenze. Sie beeinflussen sich instantan. Soviel zur Separabilität. Das Lokalitätsprinzip sagt dagegen aus, dass sich zwei Systeme nur durch physikalischen Kontakt bzw. durch Austauschstallchen beeinflussen können. Eine spukhafte Fernwirkung mit Überlichtgeschwindigkeit ist also nach dem Lokalitätsprinzip ausgeschlossen. In der Kopenhagener Deutung wird die Lokalität nicht verletzt, und zwar durch eine einfache Behauptung, weil der Wellenkollaps hier nicht als ein physikalischer Prozess angesehen wird. Es findet also keine physikalische Interaktion zwischen zwei raumartig voneinander getrennten Photonen statt, nachdem die Wellenfunktion kollabiert ist. Ein wichtiger Bestandteil der Kopenhagener Deutung ist der Welleteilchendualismus, denn das Quantenobjekt Elektronen wird einerseits durch die Wellenfunktion beschrieben, andererseits sehen wir beim Doppelspaltexperiment Punkte auf dem Schirm, die auf Teilchencharakter hindeuten.